Hallo 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 und herzlich willkommen zu ja let's play Minecraft Fantasia Ja bei mir hat die Frags grad an Zeit gespielt Ich weiß nicht warum das jetzt schon wieder schmackt Ähm ja natürlich mit dabei ist wieder der ja Sebastian es leckt Leckt's bei dir? Jaja ab und zu aber richtig heftig weil ich das vielleicht wegen dem Hochladen Ich kann dir auch mal ähm wenn du mit Fraps äh Probleme hast dann kann ich dir auch gerne mal das andere Aufnahmeprogramm schicken mit dem ich äh jetzt zur Zeit aufnehme Ok weil es ruckelt jetzt im Moment so dermaßen, es nervt mich jetzt grad Es ist grad 12 FPS grad Das läuft also das läuft immer richtig richtig gut also da nicht so viele Probleme auf jeden Fall wie bei Fraps Ich hab jetzt auch grad 5 Chunks der ist 10 Chunks Ok Ja ähm Ich glaub die Vollkammer jetzt schon vergessen also es nervt mich schon beim Laufen wenns alles ruckelt oder leg das einfach weil die Welt sich aufbaut ey so jetzt laufts wieder flüssig naja egal Ich weiß nicht woran das liegt bei mir liegt es nicht Du tust auch nicht selbst aufnehme ne tue ich nicht Ich hab äh Ich hab äh ne Software gefunden bin überlegt ob ich die installier auch äh benutzt nennen sie es Action Ja das benutze ich Ich weiß ich kenne mich da nicht noch Also es ist sehr sehr gut Ich glaub nach der Aufnahme tue ich das dann glaube ich dann runterlade weil Fraps geht man grad so auf dem Pist stehe auf dem Berg und hab zwischen 40 und 10 FPS Ja es kotzt halt übel an weil es halt ähm zurzeit ist es halt echt scheiße irgendwie ich weiß nicht was da los ist mit Fraps Autsch Also Leute wenns jetzt nochmal ruckelt oder sowas dann mach ich ne kurze Pause Gibsch mal schnell der Link tue sie schnell installiere und nehm das dann so auf ohne Witz das nervt mich jetzt grad Ja Da hast du Licht So Wollt mal das Haus uuua weiterbauen Ich bau in dieser Folge mal das äh Jetzt laufts komischerweise jetzt Jetzt fangts wieder an 12 FPS 19 10 Lass mich hier richtig ankotzen ey Die hüpfen die ganze Zeit über mein Feld drüber ey damit sich das wieder weg damit das wieder weg geht ey weisch Und dann machen die es nicht mal wieder hin ey Manche Leute Manche Abos von mir Die ähm Die schreiben Ich hab einen schlechten PC Da hab ich geschrieben Ich hab einen i7 PC Äh Grafik Grafik ist Sagen wir mal So stark kann man auch Crysis Spiele drauf 3 Ja So Also ich denk nicht dass bei dir am PC Liegt du schon recht Gute PC Ja Ich vermute vielleicht liegt sie einfach nur an der ähm An Fraps Ich weiß es leider nicht Mhm Aber das kannst du ja jetzt mal dann nach der Aufnahme mit dem Neuen Programm einfach mal ausprobieren Ja mach ich dann Also wie gesagt ich bin sehr zufrieden damit Fäll jetzt hier einfach mal ein paar Bäume Damit mein Ich brauch nämlich richtig viel Holz jetzt Oh jetzt hab ich gar keinen Timer an Egal Ich hab den Timer hier immer So Wie sieht das Haus Wie sieht das Haus so aus? Warte ich muss gucken Das Gute ist bei diesem Action Steht oben rechts ein Timer mit drin weisch Okay Da wo die FPS Anzeige ist Da steht auch die ähm der Timer drin Also da steht halt äh die Zeit drin Ja ist doch schon gut Da steht halt die Zeit auch schon drin wo man aufnimmt Könnte man dann noch irgendwas hinbauen Weil mir fällt jetzt gerade keine Idee an für diese Folge Aufs Haus Ja Ja vielleicht noch ein Dach drauf Ein kleines weisch Da kann ich Ah komm Kann doch Kann doch sowieso schnell eine Craftingbox machen Hm So ein schräges Dach halt Ja Und dann noch ein paar Häuschen mehr Guck mal jetzt bei Regen hab ich 35 Jetzt versteh ich nicht Crafs Pfff Ja bei mir sind die Frames auch grad nicht so aber Sie sind noch in Ordnung Vocalfrei Ich weiß den Mic fackt das jetzt ab dass ich jetzt Äh Achso ich muss ja erstmal craften Ich weiß den Mic fackt das jetzt ab dass ich jetzt offline gegangen bin aber Ich war ich hab so keinen Bock auf COD im Moment Mit den ganzen Heaps und 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 es wird gecampt und hast du nichts gesehen Ja Keinen Bock auf sowas Also bei Ja bei COD find ich es auch nicht mehr schön Also ich hab ja COD Ghost Das einzige Show was ich hab Und ja es ist einfach Wie spielt und dann Sind ja Leute auf dem Server wo hacken und die ganze Zeit und Hemm Ich find das sowieso nicht irgendwie so toll Dass man da ähm Ja sag mal so als Anfänger Ich spiel ja jetzt nicht so oft aber ich hab ja ein Ein recht niedriges Level sag ich jetzt einfach mal Dass man da gegen irgendwelche Leute auch gleichzeitig spielen muss wo äh 10 Level höher sind oder 20 Und dann halt ähm sich halt auch dementsprechend fertig machen wirst Moin Ich bin kurz ins Wasser geflogen vor lauter hoch Gucken Das hasse ich halt äh das könnte man bestimmt irgendwie ändern Mit ein bissl desserem Server System Dass halt gleichwertige Leute mit gleichwertigem Level äh auch äh gegeneinander spielen Das gibt's nicht Generell ich weiß nicht ich hab ja kurz Klantraining gehabt ne Ja Wenn ich die FPS Anzahl oben links wieder sehe krieg ich einen Anfall aber egal Ähm Wie gesagt ich hab ja heute gespielt im Training Training haben wir zwar die Fress kassiert aber Haben wir gut gespielt hab schon gesagt zu Mike auch Und war eigentlich schon nice Nur was mich im Moment nervt und auch ankotzt Die online Du kannst online nichts mehr spielen Es ist nichts mehr spielbar Ja Und das ist richtig nervig weil Ich versteh es nicht ne Ich spiel mal nach einer Weile Ich bin ja seit schon eine Weile PS4 Spieler ne Also PS3 fasst ich im Moment sehr selten an Und bei der 4er finde ich es leckt nicht Es ruckelt nicht nix Gar nix ne Bei der 3er Horse Migration Horse Migration Verbindung unterbrochen Und es ist dauerhaft Bei der 4er ist das gar nix Ja so ist es halt Da finde ich zum Beispiel die PS4 besser aus dem Grund Du kannst äh Sogar während dem Spiel auch ein Gruppenchat machen Ja das ist geil Ja Wie gesagt hab aber Mit so wenig Spiele auf der Äh Fuck Auf der 3er Äh 4er Außer Knack Und eben Ja Ganz kurz ins Bett kommen Bevor hier wieder Creeper und das Zeug spawnt Und sowieso Craft etc Bim Blick im Bett Ich auch nice Boah Leute ich hab vorhin noch angefangen So nen Horrorfilm anzuschauen gell Ey der hat auch den Film natürlich richtig abgefuckt alter Ich freu mich schon nächste Woche Ich freu mich schon auf Sonntag Ich freu mich auf Montag Ich hab frei Hehehe Hehehe Warte mal Sorry wenn ich jetzt hier ungleichsmäßig isch Ja komm scheiß Teamflick hier Und was machst du noch so? Ich baue jetzt hier gerade mal den Zaun ums Feld fertig Okay Ähm Und dann Ohhhh Mann ey was ist denn das jetzt hier Weg da Ich hab dich jetzt auf 9 Dezibel gesteckt Weil bei mir die Musik grad voll abgeht Substep Muss sein Natürlich copyright frei liebe Freunde Von mir Naja Ja Warte ist das die von mir? Ja Hab auch schon wieder ne neue Playlist auch schon hinzug Ich hab zwei Playlists Die eine gibt 20 Stunden Und die andere 8 Stunden Alles auf der eigentliche eine Festplatte gespeisert Nicht auf dem Desktop Alter dieser Tobi Alter Was wollte ich jetzt machen? Ah Na ok Ähm Und jetzt ist hier schon wieder so ne Kackhöhle unterm Haus ey Kotzt mich schon wieder an Da krieg ich direkt nen Krebs Ja Ja Ne Wir werden jetzt soviel Terraforming betreiben Das glaubste gar nicht Ich hab die Wollt ihr die kleinen scheiß Zombies wohl hier rumgrölen Scheiß Viecher Oh, Mann, ey. Krebs, haha, haha, you, you suck. Das habe ich gesehen bei Wano's Gaming. Mhm. Das ist so geil, der Typ, ey, den gefällt mir der Engländer. Wie hat er denn die ganzen Videos bearbeitet? Nur, nur Garrys Mod und GTA und, ja, eben Fail-Videos. Mhm. Ja. Boah, ey. Gibt es irgendwo noch in der Nähe irgendwo Birkenholz? Ich habe voll wenig. Ich kann nicht einmal das Dach die Spitze machen zur Kacke. Ich habe keins, hier hat es noch Birken herum. Ich fresse einfach zu viel, ich habe fast kein Essen mehr. Also, ich habe noch Glas, wenn du brauchst, gell? Nee, nee, Glas brauche ich nicht. Und ich habe ja normalerweise den Zuschauern ja versprochen, dass das Haus dahinter wegkommt, aber das wird sich noch ein bisschen verzögern. Ja, es kommen hier noch viele Häusle hin. Welches Haus denn? Das, das Pupshaus von mir. Achso. Ja, das kannst du ja erstmal anlassen, weißt du, irgendwo brauchst du ja auch deine Crafting... Bob Crafting Bench oder was das heißt. Boah, das ist ein geiler, geiler Bits hier. Das hörst du nicht, aber ich höre das über das Gamer-Headset gerade. Ich habe gar keinen Dubstep auf meiner, ähm, auf der, auf der Playlist, wo ich jetzt hier habe, ist gar keiner drauf, weil, ähm, ja, keine Ahnung, wisst ihr, ist so meine, weil so auch so Spiele drauf, so Musik von so Spiele und so, also Game Musik hauptsächlich und eben auch, ähm, Fantasy Musik. Wieso kommt hier kein, boah, ja, ähm, keine Saar? Ich, also die, wo, ähm, gerne, ähm, Musik bei dem Projekt hören wollt, wie, wie gesagt, ihr könnt mich privat bei YouTube anschreiben, könnt mir auch die Links von Cop, bitte zuhören, Coppe, Ride, Frey. Keine Musik geschicken, wo, äh, zum Beispiel von, beispielsweise mal von, sag' wir mal, äh, Avicii. Avicii oder irgendwie sowas in der Art Lieder, wo es schon gibt, weil ich habe da ein Problem mit YouTube. Gibt's 1.000 Euro, weil wir, weil wir Avicii gesagt haben, deswegen wir 1.000 Euro von dem. Fuck, Mann, ich habe gar kein Holz mehr. Oh, Mann, ey. Hast du, hast du echt viel Holz? Ja, wär schön. Ich bin überlegen, ich könnte noch so Dinge machen, ähm, diese kleine Step-Dinge, oder was es gibt. Ja, genau, die. Boah, Alter, das, das dröhnt gerade mir in den Ohren. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ne? So Dubstep, voller lauter Musik hören über das Game Headset. Oh, ich kann's mir vorstellen, ey. Aber ich höre dich trotzdem, weil ich dich lauter gemacht hab bei mir. Ja, bei mir ist die Mucke, glaub' ich, recht leise. Boah, ich hab die nochmal ein bisschen, bisschen lauter gestellt. Damit hier niemand flamen muss. Für Media Player. Weil zu leise will ich ja nicht hören, weil dann hörst du nur, äh, dann hörst du deine Stimme und ich höre überhaupt keine Musikschau scheiße. Ja, that's bad. That's bad, man. WTF, warum will er das nicht setzen, hier? Hallo? Oh, what the fuck. Oh, ich bin auch ein blöd, man. Boah, hier der Zaun kotzt mich irgendwie ein bisschen an. Ach, jetzt kommt das Lied, ich glaub, das kennst du schon. Wenn er richtig kommt, dann kann ich dir mal kurz summen. Den kennst du, glaub ich, auch schon. So, wo ist denn das hier? Jetzt hab ich Druckplatten gemacht, ich bin doch so ein Vollmongo, Alter. Kennst du das? Sag mir jetzt, nix gerade von Schengiz an. Oh, jetzt hab ich irgendwas getroppt. Äh, das ist, warte mal. Media Player. Andrix Nova. Sag mir gerade nix. Das möchtest du schon dann sehen, was ich mein. Sorry, Leute, wenn ich ab und zu in den kleinen Bildmodus, ich muss ab und zu ein bisschen gucken auf dem Desktop. Und man muss noch hin und her noch hochladen. Hab ich vorhin gemacht. Ja, ey, ich hab jetzt sechs Videos, äh, drei Videos für diese Woche und drei Videos für die nächste Woche hochgeladen. Wie gesagt, ich hab kein Problem mit meiner 16K-Leitung. Bei mir dauert das, sag mal, ungefähr drei Videos, jeweils 20 Minuten oder so. Hm. Sag mal so zwei Stunden. Zwei Stunden, drei Stunden, so. Hochladen. Beim Anse dauert drei Videos zehn Tage oder sowas. Ja, nee, bei mir brauchst du so ein Video, so eine Stunde rum. Plus, plus, minus. Wie kann man nochmal diese, diese, äh, Dinge machen? Diese Dinge? Welche Dinge? Nicht nur die Druckplatte, die, wo man dicker machen kann. Ah. Weißt du, nicht die Druckplatte, sondern die ganz dickeren, die doppelte. The Steps. Ja. Halbsel. Äh, die machst, glaub, ich nehm den, ähm... Ah, ja, halbsel. Drei, drei in der Mitte. Ja. Okay. Jetzt mach mal so. So. Jo. Ah, so viel brauch ich nicht, aber okay. Schau mal, Mann. Bei irgendwie, die Minecraft-Pusik ist bei mir irgendwie voll Bagger... Äh, scheiße. Minecraft-Mucke hab ich ganz ausgemacht. Das Einzige, was ich anhab, ich ganz leise, ähm, das Sound hat, so, wenn man was setzt oder so. Ganz leise. Ja, den hab ich auch ein bisschen an. Yay. Ich weiß gar nicht, auf wie viel hab ich denn den. Sound hab ich auf zwölf. Ich hab ihn bei mir auf elf Prozent. Also ganz leise. Okay. Super. So. Ah, das Haus wird richtig nice. Ich mach's nämlich, äh, symmetrisch und nicht asymmetrisch. Weil viele sagen, ich baue immer As... Asymmetrisch, ja. Asozial-Inbo-Content. Ja, was hab ich denn da gebaut? What the fuck? Und morgen nehm... Und übermorgen nehm ich dann auch noch auf. Vielleicht, wenn ich Lust hab. Morgen wird hoffentlich ein sehr, sehr geiler Tag. Ich hoff. Oder? Ich hoff, ja. Oh, es wird schon wieder dunkel. Was ist dein Tipp? Äh... Also gleich ins Bett wieder, gell? Warte, ich muss noch kurz sechs... ...drei Samen anpflanzen. So. Also, was ist dein Tipp? 2-1 Deutschland. Nur. Ja, das ist bestimmt nicht so wie Brasilien. 7-1. Das kann ich dir, glaub ich, nicht vorstellen. Doch. Alter, ich glaub... Nee. Das wär's höchste Finale des jemals. Höchstens 2-1, weil Argentinien haben nicht so schlecht gespielt wie Brasilianer, ja. Ich sag 3-0. Für Deutschland. Tipp 2-1, aber wie gesagt, wir werden sowieso nicht das Ergebnis machen. Ja, bis die Folge raus, ist es eh wahrscheinlich schon öffentlich. Auf geht ins Bett. Du kleiner Penner. Du Penner. Oh, jetzt bin ich aufgestanden. Oh, jetzt bin ich nochmal aufgestanden. Oh, eh. Und nochmal aufgestanden. Okay, jetzt schlaf. Lick jetzt nahe. Geil. Oh, Mann, ey. Ich brauch... Ich brauch noch mehr Birkenholz, ey. Ich hab einfach zu wenig. Dann pflanzt noch mehr Birken an. Mach mal kurz, Ori. Lass kurz hier reingucken. Ja, komm. Kurz mal Lieder wechseln. Nee. Nee. Nein. Aua. Ja, okay. Das kann man... Das ist... Das kann man machen. Oh, je, Mann. Eich, das ist ein Ton. Naja. Ich würd sagen, wir sind schon eh an der... Jetzt ist an der Folgenlänge angekommen. 20 Minuten. Und dann bedanken wir uns mal fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Schaut auch beim Tobi vorbei, beziehungsweise bei den anderen Mitspielern des Projektes. Die ganzen Typen sind unten in der Videobeschreibung. Die ganzen Typen. Die ganzen Typen. Die ganzen Typen. Und, ähm, ja. Wir freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Video wieder einschaltet. Wenn's heißt Minecraft Phantasia. Und, ähm, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. 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 Tschüss.